Hallo und herzlich willkommen, liebe Freunde, zu einer weiteren Folge in Team Overwatch. Ich bin der Bono und mit dabei sind wieder der Paule, der Hayo und der Bombos. Das Jungs. Moin se. Hallo. Um. Okay. Anfang hat Paul noch ganz Hallo gesagt. Dann hat er es sehr verspätet gesagt. Jetzt sagt er es gar nicht. Ich habe es gesagt. Dann hat es nicht gehört. Ich sage, das ist der Hauptzeit. Naja, das heißt wir. Dein Tonband muss ich immer abspielen. Dein Tonband wird aber jedes Mal genervt. Eine künstliche Intelligenz. So viel Mühe gebe ich mir für das Video. So viel Mühe gebe ich mir für das Video. Hallo. Hallo. What? Hey. Ich sehe an, dass du nochmal Hayo sagt. Oh. Hayo hat schon ein Random Skin immer drin. Good evening. Was? Was? Da schon ein Random Skin immer drin. Deine Mercy. Ne. Was hat es zwischen gewechselt? Hinter uns, hinter uns. Hinter uns ist eine Tracer, oder? Hinter uns ist eine Tracer, oder? Hinter uns, Tracer. Tracer behind us. Tracer behind us. Ich bin schon mal hinten drin. Tracer down. Tracer down. Ich gehe gerade auf den Punkt springen kann. Recharging barrier. über uns ist ein weiterer hinter uns hinter uns okay ich hätte mich noch einen punkt als und sich noch einzugehen ja ist noch eine von den 2 die anderen gucken ich glaube die sammeln sich ja ja ich habe zwei kills wie ist das passiert vielleicht irgendwo drauf gefallen das kann das sein jetzt sind die leute von den zentralen hier wieder raus wenn den schild zu schnell weg Die hat ihre Bombe in mein Schild geworfen und ich hab dann die Bombe zu ihr gedreht, dass sie sich selbst damit aufbringt. Oh, One-Shot. Nice. Also nicht, dass sie One-Shots wurden. Hauptsache, ihr trifft den Bogen nicht. Achtung, über uns ist ein Reaper. Okay. Benni, du stehst ja gar nicht alleine. Geh mal High Road mit. Gar keine schlechte Idee. Tracer bei mir. Set. Zwei tot. Mhm. Ich hab den Punkt. Sehr schön. Oh shit. War doch die Tracer wie erwischt. Nice. Fast. Da kommt Reiner wieder rein. Auch tot. Ja, sehr schön. Da kommen die nächste Roadtruck. Ah. Ja. Very good job team. Good job. Ist das nice. Das ist doch mächtig als Angreifer. Als Angreifer. Ja. Normalerweise müssen wir gehalten werden. Wenn du den gehalten kriegst du als Angreifer hast du echt gute Karten. Ah. Ich denke Soldier ist okay. Wir moschen da durch wie ein heißer Hammer durch Butter. Gefällt mir. Bleibt nicht mehr viel von der Butter übrig. Das ist der Sinn der Sache. Mal Anna spielen oder Lucio? Ähm. Was würdest du lieber wollen? Ähm. Na ist sehr stark in der Defense. Na ist sehr stark in der Defense. Na ist sehr stark in der Defense auf jeden Fall. Ja. Aber auch ganz gut. Anna Buff. Das nicht. Er hat halt Hanzo. Ich weiß nicht ob ich vielleicht. Nicht auf. Auf was anderes. Oh. Ich sollte vielleicht auf. Ne Mei gehen. Hm. Fehlt uns noch nicht ein bisschen der Schaden. Ich hoffe dass Hanzo den macht. Um ehrlich zu sein. Der ganze Plan dahinter. So vom Gefühl her macht Hanzo keinen Schaden. Aber ich weiß dass es. Das ist sehr subjektiv ist. Ja. Wenn er trifft dann. Hatten wir den Wächter nicht im letzten Spiel? Oder ich mich da. Äh. Gut möglich. Das kannst du mal an der Rippa oder? Das glaube ja. Ja ok. Ja ok. Hat auch Rippa gespielt. Achja. Irgendwie auf der falschen Seite gerade. Ok. Also ich versuche einen Ausschuss einzusperren. Wenn er versucht her zu kommen. Ist ja direkt. Ich höre den Tracer. Na gut. Die hat halt nicht nur eine Defense. Kommt schon. Läuft durch ich. Variate 1000. 300 ist down. Jetzt werden sie vielleicht durchbumpen. Hm. Er ist tot. gut. Jetzt ist eigentlich der Moment um was zu rücken. Gut. Scheit. Auf den Punkt. Auf den Punkt. Der Tracer. Ah. Ich bin ganz zu alter Stärke. Ah. Das geht schon hin. Ich glaube nicht dass wir den Punkt noch holen können. Lass zurückfahren. Ok. Ich werde. Ich kann mich nicht zurückfallen lassen. Ich werde gekillt wahrscheinlich. Auf jeden Fall. Highground. Oh. Rufen halt sein. Ok also. Putschi ist down. Falsches Spiel. On the Highground. Achten ist ein bisschen drin. Das sind auf jeden Fall immer zwei Highgrounds. Ja die Tracer halt und der Soldier. Ja. Ok die kommen. Oh die kommen bitte. Und die ready. Und die ready. Scheit bringt sie um. Bringt die Mercy um. Sie ist fast tot. Ach crap. Ah. Mist 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 Mist. Ich glaube das war unsicht. Das war keine gute. Die von mir. Lass es da an. Da kommt noch ein Eier rein. Hart hoch. Und wenn du das gehalten bekommen. Ist alles gut. Ja. Ich habe auch keinen reingekriegt. Und links die Tracer. Why not has it out. Der mit dir oben. Wenn dann vielleicht. Die von unten wieder. Kommt die von unten. Ist ja auch ein Highgrounds. Ok. Paar kommen hoch. Paar kommen hoch. Ja. Reinhard wieder unten. Alleine. Ja. Alleine. Reinhard auf den Kunk. Reinhard auf den Kunk. Entschuldigen wir. 400. Be careful soldier. Die Tracer kam auf Highground. Roadhog auf den Highground. Ah. Nice. Wie ist das ein Ulti abgepasst hat. Wird dafür vielleicht sterben. Ja. Ich werde ziemlich sterben. Da ist ein Ulti noch ready. Oh. Ich bin im Marsch. Da unten. Reinhard still. Du hast das ultimate. Be careful. Oh Gott. Oh Gott. Was ist das für ein Punkt für ein Revive. Oh Gott. Oh das war ne nette Ulti von Reinhard für uns. Hinter uns. Jupp. Der will mich unbedingt. Der will mich unbedingt. Der will mich tot. Der hat mich. Ach. Merde. Ja. Ich habe gerade Probleme mit der Tracer. Okay. Da ist es nicht mehr. Wie ist der Soldier oben? Ah der war nix. Roadhog unten. Ach. Soweit trage ich da hoch nicht. Wird sie wieder ready? Ich weiß auch. Kommen die wieder hoch? Sind die Hygorn? Die sind Hygorn. Ne noch nicht. Ne noch nicht. Aber die kommen gleich. Die kommen gleich. Ja. Ich habe euch hier ready. Wollen wir mal. Ne sie sind doch. Top Bot. Hm. Obst du denn? Hier oben ist. Gehen wir. Ultrasch. Obst du die Tracer hier oben ist? Unsere ulti raus. Autop. Ja. Dann stören wir. Da wie gesagt es dann. Lass mich vor. Der Schabgern. nach zwei minuten 18 gehen wir schon seit einer ewigkeit die wieder von oben links kommt zumindest mal ist es anders ist auch auch glaubt das ist die so dann haben sie geblockt was auch gesagt ist mit draußen was schon wir haben aufgeräumt noch voll und will ja nicht so ein bisschen dreck liegen lassen wir auch noch wollte ich habe jetzt genützt gehabt haben getötet nein ich werde sterben und nehme ich doch nicht 71 prozent die steckern schön rein wir trotzdem wieder hoch die die laufen nach links laufen links in der mitte und auch hoch passt auf 92 prozent 30 sekunden und jetzt kommen die großen die kommen ich bin ich habe nur Aber das war zu 1, das passt auch. Ich beschwärts nicht über keiner. Ja, ich glaub nicht, ne. Sieg ist Sieg. Macht das eigentlich mit dem A-Technischen Unterschied? Ähm, was genau? Niemand gewinnt. Der Win ist Win. Yay. Oh yeah. May is Bay. Boys. Das sind echt schöne Ice-Multis drin. Ja. Und mit dem nervigsten Stück Scheiße von Helden als Play of the Game verabschieden wir uns von der heutigen Folge in Team Overwatch. Ich hoffe, ihr hattet Spaß und wir sehen uns beim nächsten Mal. Haut rein. Ciao, ciao. Bye. Bye.